Bonjour mademoiselle et mes messieurs, jouez Pokémon amore. Bonjour, je m'appelle Timon, oui. Damit möchten wir euch begrüßen. Einen fetten Schmatzer dalassen. Denn heute spielen wir mit Pokémon, die ganz schön romantisch sind. Weißt du, es gibt so einen Sound-Effekt, den benutzen richtig viele LOL Leute. Da kommt so eine Stimme, die macht so, wow, bitte füge die hier ein. Kennst du die? Ja, ja. Mach schön Glitzerstaub drüber, alles in pink und dann, wow. Okay, heute wird es romantisch. Auf jeden Fall, wenn es jetzt nicht nochmal rausgekommen ist. Ja, wir spielen auf jeden Fall mit so Pokémon, die irgendwie was mit Liebe zu tun haben. Wir werden gleich auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich liebe dich, Paul. Ich dachte jetzt, du gehst mich und gibst mir voll den Chor. Damit meinte ich mal Libiskus. Über den würde ich gerne mal richtig den Schmatzer geben. Aber ich liebe dich auch, Timor. Weil das nicht, wenn ein Libiskus auch heißen würde. Ich liebe dich auch. Junge, küss mich und liebe mich. Da sind meine Dingsbälle, meine Sympathiebälle. Oder wie heißt die Sympathiebälle? Ich glaube, ich habe die nochmal genommen. Ja, ich habe die nochmal genommen. Ich meine, wovon reden wir? Wovon reden wir hier? Notice me and I ship it. Junge, meine Namen sind einfach Gott-like. Ich sage es dir, wenn du die anderen beiden noch siehst, holy shit, da geht dir eine ab. Holy shit. Junge, notice me ist einfach mit küss mich auf einem Feld. Weißt du? Notice me möchte von küss mich genotist werden. Jaja, das ist total romantisch. Das ist richtig romantisch. Ich hoffe, es läuft auch richtig romantische Musik im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall. Jetzt läuft hier so die... Metal-Musik oder so. Junge, der kickt dich erstmal weg. Junge, notice me. Und dann spriet ihr den erstmal an, Alter. Will direkt Sex. Oh nein, es geht fein. Volbeat und Dingsan. Ja. Richtig crazy. Vergiftung? Aber warum ist denn Corazon dabei? Kannst du mich aufklären? Das habe ich am Anfang wirklich nicht verstanden. Also, Corazon heißt Liebe auf Spanisch. Hast du volle Freundschaft? Keine Ahnung. Junge, der liebt dich ja richtig. Corazon heißt Liebe auf Spanisch. Und Mikorazon heißt... Lieb mich. Ich liebe dich, glaube ich. Ja. Ja. Deswegen haben wir Corazon dabei. Und deswegen heißt es auch Liebe mich. Wie süß. Wie süß. Okay, jetzt haben wir mal Ernsthaftigkeit hierher. Ernsthaftigkeit. Junge, der macht jetzt nochmal einen Sprung kick. Sprung im Fick. Junge, Laufklingel. Bitte was? Oh, lol. Lieb mich. Das hängt. Der will halt nur Liebe. Der will ich nicht. Klage. Step. Junge, das geht auch safe. Oh, der wird den ganzen Ahren sich daran haben. Der plagt den sogar schon, Junge. Richtig, der Stalker. Stalker. Blauflammbriteln. Jawoll. Jawoll. So wollte ich nicht, dass du mich notest. So habe ich nicht, aber bitte was? Ihr gebt jetzt den fettesten Schmatz an Human History. Nee, aber das ist gar kein Human, das ist ein Pokémon. Du hast mich geplagt, jetzt gebe ich ihn. I ship it. Hüllt sich in Z-Kraft. Warpoo. Oh, lol. Step Warpoo. Super Wasser-Tornado. Das könnte tatsächlich echt Damage machen. Ja, ja. Das ist die Biscuits. Junge. Schau dir das an. Küss mich. Volles Karacho, Alter. Küss mich. Holy shit. Guck mal, wie die den küsst, Alter. Die hat den richtig volles Karacho rein. Volles Karacho geküsst. Okay, aber alles noch offen. Junge Blauflamm und Laubklinge waren schon ziemlich crazy. Das ist halt so die Question, die ich mich gerade aske. Weißt du? Notice Me ist schon auf Küss mich gegangen. Und I ship it jetzt auch. Aber I ship it ist halt so richtig extrem draufgegangen. Der Sprungkick ist nichts gegen den Super-Wassertornado. Ja, stimmt wahrscheinlich. Schlummerort. Ach, das war eine Scheiße. Geht auf beide dann nie. Die Kacke funktioniert nicht mehr, weil Darkrai nur noch Schlummerort einsetzen kann. Ach ja, stimmt ja. Das ist doch ein Darkrai, oder? Liebe mich, Darkrai, liebe mich, liebe mich. Los geht's, liebe mich. Los geht's. Das machen wir doch zu einem Elektro-Pokémon, oder? Nee, das macht alle Normal-Attacken zu Elektro-Attacken und verstärkt sie. Das macht mich doch zu einem Elektro-Pokémon, oder? Ja, jetzt bist du ein Elektro-Pokémon. Cool. Oh, da bist du eine Psycho-Attacke. Lol. Nee, da sind Federn dran, das ist eine Flug-Attacke. Nein, das ist eine Psycho-Attacke, oder? Ja, das ist eine Flug-Attacke. Das ist eine Flug-Attacke, das ist die von Latias. Das ist am Federn mit Nebel zu tun. Ja, genau. Vor allem ist das Latias-Hedensche-Attacke und Latias hat nicht mal Flügel. Äh, Federn. Es hat schon Flügel, aber es hat keine Federn. Sorry, ich wollte dir jetzt seine autorisierliche Frage stellen. Warum haben wir eigentlich nicht Latias und Latias genommen? Das ist ja auch ziemlich cool, ja. Wir sind schon ziemlich dumm. Wucht. Yo. Ui, 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 ui. Der hätte gerne mal treffen können. Da bin ich schon ganz, da bin ich ganz offen für, Mann. Psychkraft. Was war Psychkraft? Das macht doch gar nichts. Junge, wo ist denn den Löffel her, hm? Den habe ich immer dabei. Äh, lol. Es gibt so eine Attacke, what the fuck. Das ist ja wie Sandwirbel. Das ist von Kadabra. Oh, lol. Zum Glück trage ich die Bar auf der Erde. Geh doch mal anders schlafen. Junge, der macht sich schon mal ready für, du weißt schon was. Zum Glück trage ich die, oh, lol, jetzt weiß ich, was du meinst. Komm doch zu mir ins Bett rüber. Siehst du, das hätte mich jetzt wahrscheinlich, ja, okay, das hätte mich auch nicht getötet. Ja, das, ähm, äh... Hätte mich dreimal getötet, holy shit. Die töten sich halt echt nicht. Die lieben sich ja. Die lieben sich viel zu hart, alle. Verrückt. Sogar mit Blauflammen und Laumklinge schon angegriffen und nix stirbt hier. Ich will Tote sehen. Für Blut und Trennungen. Ich hab meinen Kopf herausgekriegt. Ganz viele. Okay, los geht's. Äh, lieben Sie küsse ich. Eisenschweif macht nichts. Ganz, Alter. Richtig den Schwanz ins Gesicht. Hält Plage noch an, dann bist du tot. Nein. Die sind jetzt... Oh, lol. Aber das geht ja nie. Das wäre so ein gutes Thumbnail. Das wäre so ein gutes Thumbnail, holy shit. Das ist doch... Dann nimm einfach den Ding, den ich hier ins Gesicht klatsche. Ja, das geht auch. Das ist jetzt der Satz. Hast halt Pech gehabt. Notice me. Komm, sei halt nicht aus. Voll die Lebrühe ins Gesicht. Jünger, voll ins Gesicht. Ach, genau. Ich schippe. Ich schippe. Darf erst mal ein Schlückchen trinken. Wie leer einfach die Augen von diesem Pokémon sind. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Schade. Ich wäre gerne noch weiter am Leben, du Lieben. Da machen wir wohl nix. Amor. Amor. Deswegen ist er auch männlich. Ach so, kann er auf Pfeile schießen? Junge, wenn du jetzt Dings einsetzt. Wie heißt die Attacke von... Schattenpfeile. Schattenpfeile, Junge. Ah, so ein Thumbnail. Amor. Amor. Okay, küsse mich. Warum ist Volbeat eigentlich der Schnellste? Ach so, das kann ich dir ganz genau erklären, weil der Streuch hat. Ach ja, ich habe ja auch Streuch dabei. Wir sind ja voll die Rutschen. Wir sind ja voll die Rutschen. Ja, okay, der ist eh fast tot. Das ist okay. Ich habe gedacht, ich könnte Streuch wegmachen. Ja, habe ich auch gedacht. Das ist ein Streuch-Metronom. Aber dann dachte ich mir, komm, Streuch-Metronom ist doch dumm, oder? Hi, 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 Junge. Junge, jetzt liebe mich. Wach doch langsam auf, Mann. Du kannst nicht immer nur schlafen. Wake me up. Junge, warum ist Amor langsam mal als Kurazon? War was? Küss mich. Küss mich, denkt es. Der stirbt nie. Der stirbt auch nicht, weil der hat nämlich Streuch. Deswegen stirbt er nicht. Junge, Amor hat auch übelst die leeren Augen. Ja, schon am Rätsel. Amor hat auch übelst die leeren Augen. Liebe mich schläft. Guck mal, wie glücklich es ist. Alle Pokémon, die irgendwas mit Liebe zu tun haben, haben leere Augen. Die sind ja alle da drin, satt. Ui. Aber das ist nicht sehr effektiv und du bist plus eins. Ich bin plus eins? Du hast Gedankengut eben eingesetzt. Ich bin gekommen, mein Dein Gesetz. Ich hätte kein Gigadrain oder so. Ein Giftblick. Ein Giftblick. Stell dir vor, dass du auf Kurazon gegangen bist. Das ist ja so gut. Ja, das wäre richtig gut, Alter. Wenn du das nicht paralysiert geworden bist. Aber ich glaube tatsächlich, dass Liebe mich gleich eh stirbt. Krabbhammer. Perfekt. Slap. Junge, da hat er ja richtig die... Alter, wäre das auf Dings gegangen. Auf Arno, wäre der richtig tot. Der hat richtig seine... Kleinen Ärmchen genommen. Seine kleinen Ärmchen. Und er hat die Arme eingeslappt. Oh ne, es geht auf Kur... Oh ne, tschüss, grüß mich. Tschüss. Okay. Aber sie sterben zusammen. Warte mal. Du hast noch drei Pokémon, ne? Ich habe jetzt noch zwei, ja. Also noch zwei in der Hinterhand. Du hast noch drei Pokémon, oder? Ja, ich habe zwei. Noch zwei in der Hinterhand, Mann. Alles klar. Dann muss ich jetzt wohl mal ein bisschen... Den wollte ich... Ups, den wollte ich aussehen als letztes Reinhold. Ich habe mich verklickt. Junge, Herznase? Fick mich. It's up. Das meintest du mit... Das meint ich, ja. Oh, man kann ja hier Spitznamen nehmen, wie man will, oder? Ich liebe Fick mich. Ja, ich liebe Fick mich auch. Fick mich. Warum ist Korras dann der Schnellste? Weil Korras dann Mondgewalt einsetzt. Alles klar, das ist eine gute Begründung. So gut hat noch nie jemand in meinem Leben argumentiert. Ach, geh doch nach Hause. Fick mich. Fick mich. Junge, das sieht tatsächlich ziemlich gut für mich aus, Mann. Da würde ich auch mal sagen, ausbrennen. Ausbrennen. Jetzt kannst du nicht einsetzen, weil du kein Feuer-Pokémon bist. Ich bin ein Feuer-Pokémon. Bitte was? Oh, Loll. Okay, jetzt wird's... Junge, der ist richtig schwer zu bekommen. Jetzt wird's crazy. Jetzt wird's crazy. Der ist richtig schwer zu bekommen. Da musst du schon die ganz harten Flirts raushauen. Kreuzflamme? Das ist schon mal ein ganz schön hotter Flirt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das geht auf... Fick mich doch, Alter. Okay, das war nichts. Burn oder so? Kann das burn? Nee, das tut mit... Nee, nicht Kreuzblitzschlag. War es Blitzschlag. Keine Ahnung, mit irgendwas... Junge, der konnte Armour überhaupt nicht widerstehen. Das war so... War einfach so hot. Das muss der sich einfach gönnen. Also so eine Kreuzflamme, die will ich mir auch gerne machen. Aber Fick mich, die Augen sind auch richtig leer. Ja, ja. Ja, ja. Die sind alle leer. Ja, 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 ja. Jawoll! Jawoll! Alter, ich treff dich trotzdem die ganze Zeit. Trotz der Scheiß. Komm mal drauf. Yo, der Magie-Raum. Der Magie-Raum. Was? Was passiert jetzt? Getragene Items verlieren ihre Wirkung. Das ist sehr bedauerlich. Oh, lol. Verpiss dich doch mal. Fick mich! Jetzt kommt er doch erst als letztes rein. Alles gut. Verführ mich. Verführ mich! Und danach kein Fick mich. Weißt du, das war eigentlich mein Plan. Ja, warum kickst du auch so wie ein... Jetzt fällt mir nichts los. Ja, hab ich gemerkt. Wie ein... Mein Name ist Jeff. Mein Name ist Jeff. Okay, verführ mich. Deine Time to shine. Okay, verführ mich. Mach ich die Endes die nur mal wieder. Okay, fick mich. Ja, da müssen... Also, da ist ein bisschen übertrieben. Jawoll! Warum müssen wir so schnell gehen? Junge. Äh... Wie heißt der nochmal? Küss mich? Liebe mich, liebe mich! Der ist einfach richtig gut. Der steht da die ganze Zeit rum. Anscheinend liebt ihn aber keiner. Doch, den lieben alle. Deswegen töte den auch niemand. Liebe mich! Egal, der hat einen Core-Mind drin. Alles gut. Das ist noch voll viel Kp. Ich werde, der Armour wird paralysiert. Ich wusste, es ist doch eine Scheiße! Ach, jetzt... Ach... Okay. Okay. Ich habe das voll vergessen. Gibt es eigentlich irgendeine Zett... Ne, das habe ich schon mal irgendwann gefragt. Gibt es die Zettlertage, die auf beide geht? Ne, ne? Säurepanzer. Ach, geht weg. Was macht das? Meine Spezialverteilung plus zwei, ne? Der stretcht sich, Alter. Der ist ja... Was ist jetzt... Mh! Mh! Die sind paralysiert unten im Schrudel gefangen. Ja, so mag ich es gern. Fehlt nur noch die Verwirrung. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Meine Augen sind auch gerade so leer wie die von Armour. Jeder hat leere Augen. Ja. Wieso ist das Ding so schnell? Habe ich einen Init-Booster? Weiß ich nicht. Warum wird der immer Prager einsetzen? Ah ja, wenn der ist auch noch auf Armour gegangen. Ja, holy shit. Das geht aber, glaube ich, nicht, ne? Stimmt. Ich glaube, es geht nicht. Deswegen... Weiß ich nicht. Sandsturm? Ja, natürlich. Das ist auch gut für Armour. Deswegen ist die Attacke fehlgeschlagen und nicht daneben gegangen, weißt du? Vor allem, Corazon wird davon nicht getroffen und der kriegt den Spezdeff-Boost. Und ich bin schon Spezialverteilungs-Boost 1. Und nach dem Boost geht nicht mehr auch noch. Hör auf, dich zu boosten! Jungs, Mädchen, whatever! Okay, im Moment kommt er durch. Komm schon. Ich glaube an dich, Armour. Anfallen? Junge, der macht dich... Oh! Das war aber ein guter Versuch. Tatsächlich gar nicht so wenig damage. Das war ein guter Fleur-Versuch. Anfallen. Aber du sollst ihn doch nur lieben und nicht anfallen. Du sollst... Oh doch, Junge, der geht richtig... Der geht direkt ran, der Armour. Aber bei Ortach sollst du direkt ran gehen. Nee, der war nicht so attraktiv, wenn ich heiße. Was, Junge? Dann wolltest du save direkt mal rein? Die Augen waren ein bisschen zu leer. Nee, bei dem würde ich nicht so gerne rein nutzen. Warum nicht, Mann? Das sage ich hier. Weiß nicht. Hab ich grad nicht so Lust drauf, hm? Das sage ich hier. Ja, mach das doch. Ich hoffe, sie fickt dich dann. Heimzahlung. So, das kommt davon jetzt. Wenn du... Wie cool das aussieht, Alter. Korra ist dann so richtig klein. Wie so ein Anime, Alter. Oh, auf die Fresse. Bitte was? Aber jetzt verstehe ich deinen Namen. Ja. Junge, du bist voll auf das Anfallen drauf reingefallen. Der liebt mich jetzt. Ja, es macht nichts. Und meine Innidroppt ist auch nicht. Meine Innidroppt ist auch nicht. Meine Innidroppt... Das Problem ist, ich bin bald tot. Du kannst mich leider nicht mehr so lange lieben. Aber danke schön. Weg mit dem Sandsturm. Und los geht's für den Eben Sonntag. Junge, der hat mich voll gerettet. Komm, Whirlpool ist auch zu Ende, oder? Mhm. Schade. Wie wär's mit einem Kraftabsorber? Weiß ich nicht. Stärke. Stärke? Hast du... Ne, du hast... Ich wollte gerade fragen, wofür ich dich hast. Nein, nein. Ich hab dir doch den geilen Schambolzen. Den geilen Schambolzen. Ich hab auch einen Schambolzen in meiner Hose. Okay. Echt? Darf ich da mal reinnutzen? Warte, du willst du in meinen Schambolzen reinnutzen? Nee. In deine Hosentasche würd ich mal gerne reinnutzen. Ja, lass du gerne mal reinnutzen. Okay, lieb mich. Lieb mich doch selbst. Perfekt. Junge! Zeig ihm deine Libo-Töti! Nitro-Ladung! In der Sonne! Ah, schade. Gibt mir auch die Herznase. Ja, aber das macht trotzdem viel Damage. Oh, ich bin eh schon der Schnellste. Und jetzt ist er noch schneller. Ach stimmt, das war ja in der Sonne. Ja, ja. Ja, ja, ja. Psycho-Schub? Oh, lol. Oh, lol. Egal, ich bin Plus-3-Spitzer-Verteidigung. Lieb mich! Der stirbt einfach Lieb! Come on! Das war ein sehr Psycho-Schub. Come on! Und tschüss! Ah, das ist klar. Junge, ich sag's dir. Ein bisschen anstrengend jetzt. Ich liebe mich Carried-In-Shit hier. Aber richtig hart, Alter. Unendlich hart. Okay, Herznase. Du schaffst es. Du hast ne Herznase. Ich hab nur 3 Pokémon. Und liebe mich, der stirbt nie. Ja, aber du hast keine Herznase. Liebe mich, setzt gleich wieder Erholung ein. Liebe den dummen Ko-A-Zon, Alter. Ich werde... Der setzt jetzt wieder Erholung ein. Ist gar nicht lieblich. Nee. Das ist okay. Ich muss jetzt halt Ko-A-Zon erstmal killen. Ansonsten ist das nicht okay. Dann wäre das super lustig. Komm schon, Herznase. Herznase, ne Hitzewelle. Bitte. Bitte, 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 bitte. Jawoll! Aber ich heim mich jetzt hoch. Nein, das dauert ja noch eine Runde. Nein, das ist nächste Runde. Ja, okay. Ich glaube, das ist eh egal. Okay, naja, meins. Nein, das dauert ja noch eine Runde. Alles klar. Tschüss, Herznase. War schön mit dir. Geil! Nice. Dann würde ich sagen, hab ich dich wohl ganz schön gefickt. Ja. Ja, fick mich. Alles klar, Leute. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, will ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Das ist doch ein Fick da. Heute, wenn das Video 3 Millionen Likes bekommt, findet ihr heute noch die Liebe eures Lebens. Ich liebe die Liebe meines Lebens. Ja, ich liebe die Liebe meines Lebens. Ja. Ich mag Herznase. Herznase.